Gut, alles klar. Legen wir los, oder? Seid ihr bereit? Habt ihr eure Lösungen da, dass ihr auch vergleichen könnt und eure Ideen einspeisen? Okay. Gut, dann... So, also, wir machen geometrische Beweise. Und das ist etwas, was man aus der Schule vielleicht nicht so kennt. In der Schule hat man vielleicht das ein oder andere bewiesen, aber da geht es mehr um anschauliche Begründungen, das Zusammentragen von Argumenten und so weiter. Wir wollen richtige Beweise machen hier. Und wir haben ja, letzte Woche, habe ich euch ja erklärt in einem Video, dass man für das Beweisen natürlich zuvor definierte Begriffe benötigt und Axiome, die man für wahr hält. Also man braucht irgendeine Grundlage, auf der man beweist. Und wir haben dazu unsere Geobase, wo ich einfach mal ein paar Definitionen und Axiome und auch ein paar Sätze zusammengetragen habe, die uns beim Beweisen Grundlage sind. Also da gibt es ein paar Begriffe, Punkte, Ebene, Geraden, dann ein paar Axiome habe ich hier zusammengetragen und neben Axiom auch ein paar Sätze. Zum Beispiel diesen Satz hier über die Stufenwinkel und die Konkurrenzsätze am Dreieck. Wenn da Sätze draufstehen, heißt es, die kann man beweisen. Einige von denen werden wir im Master beweisen. Also wir werden jetzt hier beispielsweise nicht die Konkurrenzsätze am Dreieck beweisen im Rahmen dieser Veranstaltung. Da muss man ein bisschen anders ansetzen, als wir es machen. Das machen wir im Master. Aber wir sagen, okay, die setzen wir voraus. Die sind offensichtlich von irgendjemandem schon mal bewiesen worden und die habe ich hier in die Geobase mit reingenommen. Die können wir also auch verwenden. Okay, so und all diese Geobase-Grundlagen nehmen wir jetzt her als Ausgangslage für die Beweise, die wir führen wollen. So und da habe ich bei Aufgabe 1 ein paar ganz grundlegende Aussagen mal zusammengetragen, von denen wir denken, dass wir sie wahrscheinlich auch so intuitiv nachvollziehen könnten und warum muss man das überhaupt beweisen. Also zum Beispiel hier 1a seien g und h zwei Geraden wenn g und h nicht identisch sind, haben sie höchstens einen Punkt gemeinsam. Also wenn ich zwei verschiedene Geraden habe, haben sie höchstens einen Punkt gemeinsam. Intuitiv ist es klar, also entweder sind die parallel, dann haben sie keinen Punkt gemeinsam oder sie schneiden sich, dann haben sie einen Punkt gemeinsam. Aber dass zwei Geraden zum Beispiel zwei Punkte gemeinsam haben könnten, wenn sie nicht gleich sind, ist undenkbar in unserer Geometrie. Dann müssten sie ja so einen Bogen haben oder so. Das funktioniert nicht. Also intuitiv klar, aber in der Mathematik muss man solche Aussagen beweisen auf der Grundlage dessen, was man bereits weiß. Axiome oder Sätze. Okay. Und ja, haben wir in diesem Kontext so ein paar Axiomen hier in unserer Geobase stehen. Also zum Beispiel zu zwei beliebigen verschiedenen Punkten gibt es genau eine Gerade, die beide Punkte erhält oder zu jeder Geraden gibt es wenigstens zwei Punkte, die dieser Gerade angehören und so weiter. Das sind die Axiome, die Punkte und Geraden miteinander in Verbindung bringen. Da steht jetzt nicht irgendwie sowas von, zwei verschiedene Geraden haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Aber das kann man beweisen auf der Grundlage dieser Axiome. Und das machen wir jetzt mal. Also was müssen wir beweisen? Ich schreibe es mal ein bisschen kürzer hier auf. Gut. Was habt ihr als erstes da stehen? Was habt ihr euch als erstes überlegt? Ah ja, noch etwas zum Mikro, weil es letzte Woche immer mal wieder so Unklarheiten gab. Also es ist natürlich besser für den Stream, für das Video, wenn ihr das Mikro nehmt. Das heißt, wir machen den Standard. Mikro wird zugeworfen zu jemandem, der sich meldet. Es sei denn, derjenige sagt vorher ganz deutlich kein Mikro. Okay, dann wird das Mikro nicht hingeworfen. Dann könnt ihr einfach so sagen, was ihr sagen wollt. Dann wiederhole ich das nochmal laut. Okay, was könnte denn der erste Schritt sein? Was weiß man denn? Ganz am Anfang, wenn man die Aufgabe bearbeiten möchte. So eine erste Grundlage. Was könnt ihr denn schon sicher sagen? Kannst du das Mikro weitergeben? Es sind, man weiß, ja, also, das sollst du eigentlich zeigen. Genau. Genau. Also das weißt du noch nicht, sondern das kommt am Ende raus. Ja, du willst, am Ende soll rauskommen, okay, die haben nicht zwei Punkte gemeinsam. Aber was weiß man denn? Was ist denn die Voraussetzung? Auf jeden Fall, dass die im Raum nicht identisch sind. Genau, das ist schon mal eine Aussage, oder? Das steckt sozusagen in der Voraussetzung drin, dass zwei Geraden ungleich sein sollen. Das ist die Voraussetzung in der Aussage, die wir oben haben. Also, wenn zwei Geraden G und H verschieden sind, dann haben sie höchstens einen Punkt gemeinsam. Der Wenn-Teil ist die Voraussetzung und die gilt, oder die setzen wir voraus und schauen dann, ob dann auch die Folgerung gilt. Also, wir gehen mal von zwei Geraden aus, die unterschiedlich sind und schauen, ob wir beweisen können, ob sie dann auch höchstens einen Punkt gemeinsam haben. Okay, also wir gehen mal von aus, wir haben zwei Geraden, die unterschiedlich sind. Was können wir jetzt machen? Wie habt ihr die Aufgabe gelöst? Was habt ihr als nächstes gemacht? Ja, online wurde gerade gefragt, und beide Geraden dürfen nicht parallel sein. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Wir wissen nur, sie sind unterschiedlich. Sie sind unterschiedlich und wollen dann zeigen, dass sie höchstens einen Punkt gemeinsam haben. Und da steckt ja auch drin, dass dann auch Parallelität potenziell sein kann. Ja, vielleicht weiß es auch jemand online. Was könnte man jetzt als nächstes machen? Was habt ihr bei dem Beweis gemacht? An der Stelle. Viel mehr weiß man eigentlich noch nicht, ne? Ja? Oh ja, Weitwurf üben. Und er gibt's durch, ja. Ihr dürft ruhig werfen, das kann nicht kaputt gehen. Glaub ich. Wir finden mal aus der Voraussetzung, oder von der Voraussetzung her, dass die Geraden beide bisschen punkten gehen müssen. Also könnten wir das jetzt noch formulieren, dass beide Geraden bisschen punkten müssen? Oder beschneiden? Welchen Punkt? Aber sie können auch keinen Punkt gemeinsam haben. Ich habe euch gleich eine richtig harte Nuss an den Anfang gestellt. Ich weiß schon. Habt ihr eine Idee, wenn ihr mal in die Geobase reinschaut? Was ihr gerne verwenden würdet von dem, was ihr schon wisst? Ich habe das Axiom, die Strich 1, benutzt. Weil das sagt ja, dass es nur eine Gerade gibt, die beide Punkte enthält. Das heißt, dann kann man im Gegensatz dann sagen, dass, wenn es nur eine gibt, die beide enthält, müssen, sobald es zwei sind, entweder nur einen Punkt geben oder gar keinen. Okay, genau. Also du hast das Axiom, das Inzidenz-Axiom 2 verwendet, zu jeder Geraden, nein, 1 hast du gesagt, 1, genau. Zu zwei beliebigen verschiedenen Punkten gibt es genau eine Gerade, die beide Punkte enthält. Das ist ja was, was irgendwie danach riecht, als bräuchte man das hier. Jetzt haben wir aber gar nicht zwei verschiedene Punkte. Wir haben bislang erst mal nur zwei Geraden, die ungleich sind. Und jetzt würde man aber gerne zwei Punkte haben, damit man das Axiom 1 anwenden kann. Wir haben aber keine. Jetzt kann man einen Trick machen. Weiß jemand, was der Trick ist? Oder einen Trick oder eine Strategie hier drüben? Gibst du weiter? Okay. Du willst einen Widerspruchsbeweis machen. Ich habe drei Punkte genommen und zwei Punkte definiert. Ich habe das A und B genannt und habe gesagt, es sind zwar verschiedene Punkte, die auch die B-Kunstfaden sind. Und habe dann eben gesagt, ich will wissen, was die wahren Punktmengen sind. Und dann haben wir die Nutzfaden, die auch die B-Kunstfaden enthält und damit widerspricht die B-Kunstfaden anwenden. Genau. Das ist die Struktur des Beweises. Das ist ein Widerspruchsbeweis. Was ist ein Widerspruchsbeweis? Wir haben hier eine Voraussetzung. G und H sind unterschiedlich. Und wir wollen jetzt zeigen, dass Sie dann höchstens einen Punkt gemeinsam haben. Wir wollen zeigen, Sie haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Also nehmen wir doch mal an, Sie hätten zwei Punkte gemeinsam. Wir nehmen das Gegenteil von dem an, was wir zeigen wollen. Und führen das dann in eine Situation, die nicht sein kann. In einen Widerspruch. Also, wir wollen zeigen, Sie haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Wir nehmen an, Sie hätten zwei Punkte gemeinsam. Das ermöglicht es uns, das Axiom I1 einzusetzen. Zu zwei verschiedenen Punkten. Auf einmal habe ich nämlich zwei Punkte, nämlich die beiden, die Sie gemeinsam haben. Und dann arbeite ich weiter und komme in einer Situation raus, die nicht sein kann. Die zu einem Widerspruch führt. Und die Folgerung ist, dass meine Annahme falsch gewesen sein muss. Okay? Das machen wir jetzt mal Schritt für Schritt. Und dann sieht man es, wenn man es hier geschrieben ist, glaube ich, relativ deutlich, was die Idee des Beweises ist. Okay. Also, wir nehmen an, G und H haben zwei Punkte gemeinsam. Das ist das Gegenteil von, Sie haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Und das ist eine Annahme. Das nehme ich einfach mal an. Ich nehme das Gegenteil von dem an, was ich zeigen will. Und das ist das Gegenteil. Selbst wenn Sie drei oder vier oder fünf oder sieben oder tausend oder unendlich viele Punkte gemeinsam hätten, haben Sie ja zwei Punkte gemeinsam. Also mindestens zwei. Okay. Also, unsere Annahme ist, G und H haben zwei Punkte gemeinsam. Was kann ich jetzt machen? Was kann ich jetzt machen? Ja, machen wir deine Überlegungen weiter. Ah, okay. Du bist sozusagen nochmal über... Ja, mhm. Ja, mhm. Ja, mhm. Okay. Lass uns den Schritt nochmal, vielleicht den Schritt, den du gerade gesagt hast, nochmal machen. Ja. Also du hast gerade gesagt, dass... Ja. Okay, also das heißt, die zwei haben zwei Punkte gemeinsam. Die nennen wir mal A und B. Okay. Und jetzt hast du gesagt, bei drittens A und B sind Elemente von G und H. Und du hast was verwendet als Grundlage? I0. Das Axiom I0, genau, das Geradenpunktmengen sind. Ja. Okay. Was ist der nächste Schritt? Mach ich weiter, genau. Und dann haben wir gesagt, dass ich mit I1 ein bisschen mehr, dass es genau eine Gerade gibt, die beide Punkte gefällt. Und damit muss die Gerade G gleich eine Gerade waren. Genau. G gleich H. Also, ich habe zwei Punkte, die Elemente von G und H sind. Und ich weiß mit dem Axiom I1, dass es zu zwei Punkten nur genau eine Gerade gibt, die beide Punkte enthält. Also müssen G und H gleich sein. Die Grundlage hierfür ist also 3 und das Axiom I1. Achso, hier oben könnte man vielleicht auch noch 2 hinschreiben als Grundlage. Das habe ich vergessen einzufügen. Okay. So, und was jetzt? Oh, ja, ja, sorry. So, und was jetzt? Schauen wir uns mal das Schaf an, was da steht. Okay. Okay. Also, wir haben erst gesagt, G ist ungleich H. Okay. Das ist die Voraussetzung. Zu zeigen ist, G und H haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Wir nehmen mal an, das Gegenteil gilt. Also, angenommen, G und H hätten zwei Punkte gemeinsam, A und B. Dann sind A und B Elemente von G und H. Und weil es zu zwei verschiedenen Punkten genau eine Gerade gibt, die durch diese beiden Punkte geht, ist G gleich H. Ja? Dann kann man jetzt eigentlich, wie es ist, wenn wir durchschreiten und sagen, G soll ja nicht H sein, weil im ersten Film ja das schwer in der Umwelt ist. Genau. So, wir haben jetzt eine Welt, in der einerseits Zeile 1 gilt, G ungleich H und Zeile 4 gilt, G gleich H. Das kann aber nicht sein. Das können nicht gleichzeitig zwei Geraden gleich und ungleich sein. Also, da ist ein Fehler. Das ist eine Situation, die funktioniert nicht. Und das nennt man in der Mathematik einen Widerspruch. Mathematik ist widerspruchsfrei. Es darf nirgendwo ein Widerspruch sein. Sobald ein Widerspruch entsteht, sobald zwei Dinge nebeneinander existieren, die nicht vereinbar sind, stimmt was nicht. Das Einzige, was hier nicht stimmen kann in unserem Weg durch diesen Beweis, ist unsere Annahme bei 2. Alles andere haben wir abgeleitet aus irgendwelchen Axiomen und so weiter. Aber das Einzige, was nicht stimmen kann, war die Annahme, die wir einfach mal so getroffen haben. Also ist die Annahme falsch. Also was kamen wir jetzt hier? Ein Widerspruch mit den Zeilen 1 und 4. Zeilen 1 und 4 widersprechen sich. Okay. Und dann ist der einzig logische Schluss, dass irgendwo hier ein Fehler gewesen sein muss. Und der einzige Stelle, an dem wir einen Fehler gemacht haben könnten, ist die Annahme, die wir einfach so getroffen haben. Also G und H. Und dann gilt natürlich das Gegenteil von der Annahme. G und H haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Das Gegenteil der Annahme in 2 gilt. Okay, also nochmal. Wir wollen zeigen, wenn G und H ungleich sind, dann haben sie höchstens einen Punkt gemeinsam. Wir setzen also voraus, G und H sind ungleich und wollen zeigen, sie haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Weil wir nicht so richtig irgendwas einsetzen konnten von Axiomen oder dem, was wir wissen, haben wir mal das Gegenteil angenommen. Angenommen, G und H haben zwei Punkte gemeinsam, nennen wir sie mal A und B. Wir nehmen also das Gegenteil von dem an, was wir zeigen wollen und führen das an eine Stelle, wo ein Widerspruch entsteht, was dazu führt, dass unsere Annahme falsch gewesen sein muss und das Gegenteil gilt. Und damit haben wir genau das gezeigt, was wir zeigen wollten. Euch wird im Studium werden noch ganz viele Widerspruchsbeweise begegnen, also Beweise, in denen ihr einfach mal das Gegenteil von dem annimmt, was ihr zeigen wollt und dann arbeitet ihr und dann zeigt ihr, das kann nicht sein und damit muss die Annahme falsch gewesen sein. Ja, also das kann man natürlich auch nicht in einer Tabelle machen. Man könnte auch einen Text schreiben dieser Art. Seien G und H ungleich oder ist Geld G und gleich H? Angenommen, G und H hätten zwei Punkte gemeinsam, dann würde nach dem Inzidenz-Axiom I1 gelten, dass G gleich H ist. Dies ist ein Widerspruch zur Annahme, also gilt G und H haben höchstens einen Punkt gemeinsam. Das könnte so ein Text sein, den man hinschreibt. Und auch sonst sind Beweise so formuliert. Ich finde es hilfreich für Menschen, die jetzt gerade beginnen, viele Beweise zu führen, so wie ihr jetzt und ihr lernt jetzt gerade Beweise zu führen, das strukturierter zu machen, damit ihr euch in jedem Schritt bewusst seid, darf ich das wirklich machen, was ich gerade mache. Deswegen habe ich den Zwei-Spalten-Beweis eingeführt als Struktur, die wir jetzt hier mal so durchziehen. Wenn ich in der Klausuraufgabe sage, Beweise das und ihr macht einen Beweis in Textform, dann ist der ja nicht falsch. Dann bewerte ich ihn natürlich mit Wunderpunktzahl. Es sei denn, ich verlange von euch einen Zwei-Spalten-Beweis durchzuführen. Dann müsst ihr den Zwei-Spalten-Beweis machen. Und manchmal gibt es auch Aufgaben derart, dass eine Situation gezeichnet ist und bereits ein Zwei-Spalten-Beweis drunter gezeichnet ist mit Lücken. Und ihr müsst die Lücken ausfüllen. So, das wäre auch so eine typische Aufgabe, die in der Klausur dran kommen könnte. Ja, hinter dir? Also beweisen müsst ihr nur die Ausgaben. Nein, ihr könnt bei einer Aussage, wie sie oben steht, zwei verschiedene Geraden, G und H, haben höchstens einen Punkt gemeinsam, davon ausgehen, dass die Begriffe, die darin verwendet werden, bekannt sind. Ansonsten könnte ich diese Aussage gar nicht formulieren. Das heißt, ihr könnt die Definition von Gerade und Punkte voraussetzen. Wir haben die Definition hier aber praktisch nicht benötigt. Also man, hier Schritt 3 ist vielleicht etwas, H und B sind Elemente von G und H da. Das hätte man vielleicht sogar noch nicht mal unbedingt machen müssen, weil, ist aber okay, dass man das hier eingefügt hat. Und, aber wir können an der Stelle schon voraussetzen, dass wir die Begriffe kennen, die hier oben in der Aussage drinstehen. Und manchmal benötigt man dann Beweis auch tatsächlich eine Definition, aber in diesem Fall hätte man sie gar nicht benötigt, weil man weiß. Ja, ich verstehe schon dein Problem. Ich verstehe schon dein Problem. Vielleicht ist es so, dass man, dass man noch viel mehr hätte im Detail da reinschreiben können. Ich würde dich jetzt einfach mal beruhigen wollen mit der Aussage, dass wir jetzt im Laufe des Semesters so viele Beweise zu sehen bekommen, dass du ein Gespür dafür entwickelst, ob das jetzt nötig ist oder nicht. Ja? Haben wir nicht gebraucht. Man könnte sich auch Beweise vorstellen, in der man höchstens einen interpretiert als kein oder einen und dann eine Fallunterscheidung macht. Diese Fallunterscheidung haben wir gerade vermieden, weil wir angenommen haben, sie haben mindestens zwei Punkte gemeinsam und das tritt nicht ein. Also können sie nur höchstens einen Punkt gemeinsam haben. Fertig. Hm? Okay. Gibt es noch weitere Fragen zu dem Beweis? Ich glaube, das ist eine ganz gute Grundlage, sodass ihr jetzt nochmal vielleicht im Nachgang zu heute über eure Beweise von Aufgabe 1, B und C drüber gehen könnt und schauen könnt, ob ihr, ob das so passt oder ob ihr da vielleicht nochmal das ein oder andere modifizieren müsst. Und dann können wir auch darüber nochmal reden, wenn ihr Bedarf habt, sagt also über 1C oder sowas, müssen wir nochmal reden oder so. Ich würde euch aber erstmal bitten, nochmal eure eigenen Beweise dahingehend zu checken und dann schauen wir uns jetzt vielleicht noch einen anderen Beweis an. Okay. Genau. Wie sie Sim sagt, online hatte ich auch überlegt, aber in der Mathematik ist immer so, dass wenn ich nicht genau davorstehe, immer mindestens gemeint ist. Genau. Also wenn ich so etwas sage wie, es existiert ein Punkt, für den gilt, dann ist damit immer mindestens ein Punkt gemeint. Es könnte noch mehr sein. Oder wenn ich sage, in einem gleichschenkligen Dreieck sind zwei Seiten gleich lang, dann können es auch drei sein. Sonst wären ja gleichseitige Dreiecke keine gleichschenkligen. Aber ich will nicht sagen, mindestens zwei Seiten oder so, sondern man hat sich in der Mathematik darauf geeinigt, wenn man sagt, in einem Dreieck sind zwei Seiten gleich lang, dass dann auch drei gleich lang sein könnten. Wenn ich aber sage, in einem Dreieck sind genau zwei Seiten gleich lang, dann darf die dritte nicht so die gleiche Länge haben. Dann habe ich halt ein gleichschenkliges, nicht gleichseitiges Dreieck. Okay. Gut. Gut.